3, 2, 1 Was Bruder? Es muss nur im Backofen sein und Zitronen beinhalten. Samira hat gesagt, okay. Samira, du hast schon alles vorbereitet. Bei dir sieht es irgendwie ein bisschen wilder aus als bei mir. Ich habe ein bisschen Sorge, was du machst. Würdest du schon sagen, was du machst? Nein, dir nicht. Mir nicht, okay. Das Team weiß es vielleicht schon, Freddy. Es ist gar kein Problem. Ich kann mich ja erstmal nochmal entspannen. Machst du was sehr Anspruchsvolles? Ja. Ich mache eine Torte. Okay, ich mache keine Torte. Aber meins wird auch so gut. Aber ich kann jetzt erstmal entspannen, weil ich weiß noch, sobald man Zitronen hat, die muss man immer erst einjonglieren, damit man auch die ganzen Zirkusskills, die man sich erarbeitet hat als kleines Kind, nochmal vernünftig platziert. Oh Gott. Jetzt ist nämlich der Saft gelöst tatsächlich. So mache ich, so löse ich nämlich den Saft in meinen Zitronen, dass die erstmal... Okay, let's go. Dankeschön, liebe Community. Ich freue mich wieder, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich brauche auf jeden Fall einen Aussatz für die KitchenAid. Das ist für die Kenwood. Das ist für die Kenwood? Sicher? Wirklich. Das ist safe. Doch, doch, doch. Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Ja, guck mal, schon besser als letztes Mal. Darfst du nicht gucken, wir haben eine Mauer. Soll das denn jetzt wieder... Jetzt spick die wieder rüber. Was ist das eigentlich komisches, was du... Das darfst du nicht verraten, ne? Was du da komisches gerade reingetragen hast. Okay, das sage ich. Ja, das ist das. Das sind Chokopern. Wie lange muss das jetzt in den Ofen? Das muss zweimal in den Ofen. Einmal so 20 Minuten. Und dann, glaub, nochmal 20 Minuten, also 40 Minuten. Ich habe gerade entschieden, dass ich doch keine Buttercreme mehr. Machst du keine Buttercreme mehr? Dann hast du auch ein bisschen Chance zu cremen. Hast du gerade gesagt, dass ich die Chance habe? Du spickst doch auch schon die ganze Zeit. Ich habe überhaupt nichts gespickt. Wenn du loomst, ich sehe die Blöcke da nur. Ich weiß, ich habe noch gar nichts nachgeguckt. Ja, ja. Ich bin null, null vorbereitet. Hallo, ich musste gerade in zwei Minuten mal Rezept schreiben, falls irgendjemand geklaut hat. Wer könnte das denn wohl gewesen sein? Hm, wer wohl. Und ich habe schon was mitbekommen. Du bist bald in einem Kinofilm, ne? Welchem Kinofilm bist du? Du bist in Ross Babys 2. Und du sprichst eine Hauptrolle, ne? Das heißt, du hast jetzt schon mehr Synchronarbeit gemacht als ich? Mhm. Wann kommt der Film raus? 21. Oktober. Das heißt, ihr könnt es jetzt schon abchecken, wenn ihr Samira mal im Kinofilm sprechen hören wollt. Welche Rolle hast du? Weißt du, wie die Rolle heißt? Ja. Es brennt mit Zitronen, sagt eine Brille. Warum? Hast du eine Wunde? Nein, warum habe ich nicht? Du hast hier den Finger geschnitten? Ist alles okay? Wirklich okay? Wirklich. Komm, wir machen kurz Pause. Mach mal bitte ein Pflaster drauf. Sonst geht das doch da rein. Wir gehen mal schnell rüber. Nein, komm. Nein. Erst mal entspannen. Da müssen wir jetzt nicht rüber drehen. Alles entspannt. Ist alles gut? Soll ich mitkommen? Schnell. Hast du das schon mal gemacht, die Torte? Also hast du dir einfach ausgedacht, damit das funktioniert jetzt, sagst du? Also du weißt schon, dass wir nachher eine Jury haben, wie die das bewertet, ne? Wer? Deine Mama? Noch wer? Dein Papa? Nee. Die Schüssel ist fast dran vor. Guck dir mal in die Schüssel. Vorsichtig beim Umrühren, ne? Boah, ich glaube, wir können gleich nochmal mit dem Kärcher hier durch, wenn du jetzt anmachst. Oh Gott, ich bin jetzt sogar langsamer als du. Ah! Ich bin überfordert. Ja, gar keinen Stress. Du machst ja auch was Schwereres. Das würde ich dir geben. Auch was mit den Haaren, ne? Nicht, dass du gleich einfach verschwindest in den Teig. Perfekt. Stummi. Stummi, mach dir mal diese Farbe, okay? Ich merke mir die Farbe. Teigfarbe. Und jetzt, Achtung. Guck schon, orange Macke. Nee. Dann kommst du mal kurz hier ran. Das ist eigentlich nur, um dich zu sabotieren. Natürlich. Meins wird besser als deins. Das glaube ich nicht. Du hast meins noch nie probiert. Ich glaube schon. Du wirst richtig begeistert sein von meinem. Du wirst voll irritiert sein. Du wirst sagen, wow, Fred, ich hab noch nie so was Leckeres gegessen. Du wirst super... Weißt du, mich letztes Mal, als du Basilikum in die Muffins reingetan hast... Ich hab noch nie Basilikum in die Muffins reingetan. Und dieser eine Butterklotz? Nein, nein, nein. Der nicht richtig geschmolzen war. Nein, das ist Quatsch. Hast du schon deine Creme gemacht für deine Tarte? Was für eine Tarte? Ich mach überhaupt gar keine Tarte. So, ich tu das jetzt schon beim Backofen, weil ich bin ja so viel schneller. Timer auf 17 Minuten. Okay, 17 Minuten. Hey Siri, stelle den Timer auf 10 Minuten. 10 Minuten, der Countdown läuft. Warum hast du einen Mann? Hast du eine Öffkische Feige? Aufpassen, dann nicht nochmal schneiden. Das ist keine Feige. Das ist eine Passionsforschung, soll ich sagen, oder? Oh, Passionsfeige. Mach auch du, ja. Mach auch feige. Auffassen. Oh Gott, Angst. Sturmi, ich will dich jetzt nicht vergewissern, aber... Vergewissern? Hey, das sagen wir immer so in der Schule. Vergewissern? Ja, vergewissern. Aber? Du wirst mich nicht toppen. Ach, du glaubst es nicht. Gleich werden die alle reinkommen und die werden sich das anzupacken. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Was ist das für ein Ding? Das benutze ich einfach dafür, das ist eine bestimmte Reibe. Das ist eine Reibe. Du kannst sagen, was du willst. Das ist eigentlich nicht für Zitronen, weißt du? Weißt du, was das ist? Parmesan. Für eine Tonka-Bohne. Weißt du nicht, was Tonka-Bohne sind? Doch, doch, weiß ich. Ich kenne wirklich. Ich kenne wirklich Tonka-Bohne. Okay, dann zeigen wir jetzt mal, was hier Tonka-Bohne sind. Nein, das sind Senfkörner. Koriandersamen. Hier. Ja. Und die sind giftig. Wie, die sind giftig? Wenn du jetzt eine Schudel, also eine von den... Nein, nein, nein. Du kannst nicht essen. Dann stirbst du. Echt? Ja. Tammel, probier mal eine. Das kann ich aber auch dann für ein bisschen Abrieb von der Zitronen... Nein! Wie, nein? Das ist nur für Tonka-Bohne? Ja. Nur für Tonka-Bohne? Ja, für Tonka-Bohne. Das ist doch genau das Gleiche, guck mal. Nee. Doch. Nee. Das ist genau das. Ihr könnt mich verarschen. Oh Gott, ich weiß nicht mal, ob ich so eine große Form habe für so einen großen Kuchen und für so viel Geschmack und so viel Guthheit und Bessere. Guthheit. Oh nein, da ist ein Loch. Ja, wer hat denn das wohl da reingemacht? Wer denn? Sabotage-Man. Es wird so unfair gut. Besonders, weil es so einfach ist. Das ist einfach und gut. Das ist einfach und gut. Es wird ein Top-Rezept. Oh, es läuft aus. Was machen wir? Zum Glück haben wir die Hefe-Königin dabei. Ihr macht das schon. Du hörst mich ja... Du hörst mich ja... Ja, jetzt auf einmal kommen die Ausreden wieder. Ich seh's schon. Jetzt kommen deine Ausreden wieder. Oh mein Gott, das wird so schief. Guck mal, da freut sich dahinten. Guck mal, hier, das freut sich. Ich hab dir gesagt, dieses Mal mach ich dich platt. Dieses Mal wolltest du dich übernehmen. Das ist zu hoch gestochen. Letztes Mal hat die mich so abgezogen. Ich hab's nur dieses Mal ganz einfach gemacht. Ich hab gedacht, das war unentschieden. Nee. Du hast, glaub ich, gewonnen, oder? Nee, das war unentschieden. Ach so. Ja, dann gewinn ich jetzt. Für alles gibt's ein erstes Mal. Ja, was hast du gerade gesagt? Hey Siri, ich hab Angst. Och, gleich erst mal Ess-Aufruf. Es hilft mir, mit einer Person zu reden, der du vertrautst. Warum sagten die nur sowas? Wirkt jetzt nicht so effizient, was ich hier tue, aber ich vertraue mir mal. Hör dir mal das Geräusch an, wenn ich die Zitrone rausmache. Das ist doch nicht richtig. Warte mal. Jetzt hör mal, jetzt hör mal. Das ist doch kein richtiges Geräusch in der Presse. Hä, natürlich. Ich mach dir Zeit, wie du es hältst. Ja, so und dann da rein, oder? Das muss man andersrum. Wie denn? Nein. Doch, du musst es andersrum drehen. So. Ich verarsch, dass ich gewinne. Ich brauch keine Verarscherschläge. Nein, das ist falsch rum. Nein, das ist richtig rum. Nein, das ist falsch rum. Das ist falsch rum. Boah, da kommt doch viel raus jetzt. Kann ich das jetzt auf die Oberfläche stellen oder lieber aufs Brett? Ich stelle es lieber aufs Brett, ich bin sicher, dass ich hier... Nein, 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 das brennt das Brett durchs Brett. Das brennt durchs Brett? Ja, das ist heiß. Ja. So, wenn man das dann aufs Brett legt, kommt ein Abschluss. Ich lege meine Sachen immer auf mein Holzbrett. Aber das ist ja nur 170 Grad heiß. Das ist ja nichts. Du musst lauter reden. Das ist nicht schlimm. Untertitel machen die Namen. Da sind wir, ja. Ja, da sind wir, ja. Ah, da sind wir das, ne? Wunderbar. Ja, da sind wir. Ja. Wir haben uns gerade Kamera ausgegangen, überhitzt, weil tatsächlich Miguel ist in den Wechseljahren und der hat unfassbar warme Hände inzwischen. Das ist bei uns ja immer den auch, den Dr. Hot. Und der kommt dann immer, wenn du Rückenverspannung hast, dann macht er immer die Arme auf den Nacken und die Kamera dementsprechend super, super. Hallo, wer ist das? Für die ostliche Erklärung. Gar kein Schleiß, dafür bin ich da, du. Hallo. Da kommt schon die Jury rein. Mike ist schon im Ofen, ich bin im Prinzip in neun Minütchen fertig. Amira ist hier auch schon ganz gut dabei. Was machst du denn gerade da? Wenn du weggehst, dann kann ich es der Kamera saubern. Also, das da hier wird eine an und das sind die Blätter. Und jetzt gerade mache ich einen Schwimmbäufe, denn ich mache eine Hawaii-Torte. Seid ihr fertig? Habt ihr besprochen? Ja, wir waren besprochen. Also ihr wisst alles, ich weiß nix. Du weißt gar nix. Ah, blöd, ey. Und guck nicht rein jetzt, du bleibst da. Alles gut. Alles gut, die. Guck mal, da ist der Ofen deiner Tochter. Das ist wie bei Kindern, egal was du tröst, ich werde dich immer lieben. Okay, guck rein. Ich muss nur sagen, Samira schlägt sich sehr gut. Ich weiß nicht, was Samira noch vorhat, aber Samira macht hier gerade tatsächlich, was es mir ein bisschen Sorge macht, weil es sieht sehr gut aus und das Auge isst ja immer mit. Ich weiß, dass es meins besser schmeckt, aber ich glaube, Samiras wird tatsächlich ein bisschen in Längen besser aussehen. Schönen guten Tag. Mama, wo sind deine Pinsel? Ich muss es gerade mit meinen Händen die ganze Zeit. Wo oben? Ja, da, wem könntest du denn da nur um Hilfe fragen, um um an die Pinsel zu kommen. Das ist auch für mich weit hoch. Aber bei mir darfst du gerne helfen, ey, das ist kein Problem. Ich muss nur rausholen und dann warten wir bei mir noch kurz, bis es abkühlt. Also ich brauche noch so 20 Minuten safe, bis es zumindest so kühl ist, dass wir dekorieren können. 20 Minuten. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. 20 Minuten heute. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir zeigen euch in der Zwischenzeit ein paar Schnittbilder von Samira, wie sie glaube ich ihre Torte weiter dekoriert, weil das ist wirklich im Zell. Ein paar schöne. 20, 20, 20. 20 Minuten noch. Bis gleich. 20, 20, 30. Da sind wir wieder. Hey Handy, was ist denn mit dir los? Ella und ich, wir sind schon am dekorieren. Ich habe gesagt, Ella darf alles dekorieren, was sie möchte, weil ich bin nicht so der Dekomeister, aber dafür sieht es bei mir ganz okay aus zumindest. Es könnte sein, dass es ein bisschen süßer wird, als von mir ursprünglich geplant, aber ist nicht schlimm. Sollen wir noch ein bisschen Puderzucker drüber machen, Ella? Ne, da. Ach, hier hast du schon Puderzucker. Ah, ja. Okay, klar. Was ist das nochmal? Was hast du hier gemacht für mich? Als Deko? So ein Kreis. Ein Kreis. Ein Nusskreis ist das. Aus Fondant. Sind ja Nüsse drin? Nein. Nein, ne, okay. Nusszopf. Perfekt. Ich drizzle mal noch ein bisschen, ein bisschen geregene Zitrone auch drüber. Dann haben wir es noch ein bisschen sauer. Sauer macht ja lustig. Und dann noch ein bisschen. Ja, ganz wichtig, haben wir noch ein bisschen Streusel mehr, ja. Und noch zur Info. Ihr dürft das bitte nicht im Laden verkaufen. Nicht im Laden verkaufen werden wir das. Wir werden es bitte nicht im Laden verkaufen. Ich spick schon mal bei dir, Samira. Ist das okay? Das sieht wirklich sehr krass aus. Ella, du machst das perfekt weiter, ne? Mhm. Sehr super. Wie heißt, hast du denn irgendwas im... Warum... Ist das irgendein großes Bild? Was würdest du damit zeigen? Universum? Ja. Das ist ein Nussstriezel. Ich weiß nicht, weil das dann ein Universum ist. Ja, das ist ein Nussstriezel-Universum. Achso, okay. Das beschreibt die Lehre der Zukunft. Ja bitte, ja bitte. Was ist denn das? Ist das Ätzend? Darf man das essen? Warum ist das rot? Wo kommt denn hier noch rot rein? Das wird das ein Blut, Freddy, von den Badegästen. Oh Gott, das könnte es wirklich sein. Ich muss noch eine andere machen. Sollen wir mal unsere Jury dazu holen? Soll ich mal rüber gehen? Eine Minute, eine Minute, eine Minute. Gib mir eine Minute. Das ist okay. Die finalen Touches werden jetzt gemacht. Ella ist noch mitten im Dekorieren. Samira ist jetzt in der letzten Sekunde. Ihr seht dann, wie es final aussieht. Jetzt sofort in einem Ein-Beauty-Shot. Der bekannt dafür ist, den man halt um so halb neun dann mal macht. Weil langsam muss man auch mal ins Bett. Nichtsdestotrotz geht es jetzt rüber zum Juryentscheid. Dann fällt auch diese Mauer. Und dann können wir erstmal gucken, was dem besser gefällt. Vom Aussehen. Aber bitte lass die nicht auf den Kuchen fallen. Nein, auf gar keinen Fall. Die Kuchen bleiben jetzt erstmal hier stehen. Ich hol die sofort und dann geht's los. Okay. Wir sind im Finale angekommen. Wir sagen nicht, welcher Kuchen von wem ist. Oh Gott. Welcher Kuchen von wem ist. Alle Leute hier von meiner Fraktion ist heute mit vertreten. Dreh ich gerne um, kommst du mir rein. Mit Augen zu oder auf? Nee, kannst du Augen aufmachen. Jetzt einmal Annika, die Hefekönigin von Köln. Danke schön Annika. Du darfst gleich diese beiden Wunderwerke essen. Und von deiner Fraktion, das wäre hier Samira. Und von eurer. Ja? Oh ja. Ihr könnt euch jetzt herdrehen. Es ist Samira's Torte und es ist... Ja. Also ich will keinem zu nahe treten, aber ich kenn euch ja beide. Und ich würde fast behaupten, dass diese Torte meiner Tochter gehört. Ja, ja. Weil sie eine recht kreative Ader hat. Aber die ist auch schön. Wir nennen es Universum mit Nussstriezel. Ah. So, was sagt ihr denn als unparteiische Jury hier? Also als unparteiische Jury? Würdet ihr denn den Style-Punkt nur für die Optik geben? Ja, komm, ist okay. Annika, du darfst auch natürlich. Wen nimmst du? Es tut mir leid. Bitte kündige mich nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal über zum Schnabulieren. Oder? Krass. Wir brauchen Tellerchen. Was war das Thema? Sommertorte. Ich habe Samira rausgefordert, einfach nur mit... Oh, Vorsicht. Bereit? Ja. Ich will das. Warte, warte, ich mach mal. Ich mach mal. Alles gut. Komm, wir machen zusammen. So. Perfekt. Dann machen wir mal den hier. Und dann haben wir hier ein sehr schönes, kleines... Oh. Das ist gut. Das ist gut. Wow. Ella legt schon hoch. Okay, la kann es einfach nicht abwarten. Ja, das ist okay. Okay. Sie hat Kuchenwurzel auf den Lippern. Ja, wir. Ich habe wirklich alles probiert. Ella, ist das bei dir so eine Kriegsbemalung? Ja. Samira ist auch schon. Oh nein. Das ist die Backpapier. Das habe ich. Wir haben vielleicht das Backpapier nur abgerissen, weil wir es nicht runterbekommen haben. Hm. Meiner so genommen. Mhm. Ich glaube, die Streusel, die müssen wir irgendwann... Ich glaube, die sind abgelaufen. Oh, waren das die hier? Ja, die sind schon asper hoher. Die sind doch aus meiner ersten Wohnung. Aber dein Kuchen ist gut. Kuchen ist sehr lecker. Kuchen ist gut. Hier ist nochmal Kuchenwurzel. Ist da Ananas drin? Hm. 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 So, jetzt schauen wir mal. Das ist lecker. Das Ding ist voll crazy. Ganz böte Nummer, ne? Schmeckt wie so Lemon Curd, auch so einem... Richtig, genau. Das ist halt der häufigste Vergleich zu Lemon Curd. Kann ich nochmal ein Stück probieren? Bitte. Bringst du mir ein Stück mit? Selbst Sally kriegt man damit überzeugt. Jetzt ist schon sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, optisch hast du ganz klar gewonnen. Aber geschmacklicher ist ja gleich jetzt auch noch ausstehend, ne? Geschmacklich hat er gewonnen. Also geschmacklich ist deiner auch gut, wenn man die abgelaufenen Streusel weglässt. Aber kannst du tun nichts dafür? Nee, ich habe ja auch abgelaufenen Streusel. Da sind wir ja gleich. Geschmacklich ist deiner echt gut mit der Ananas und so. Ja, voll. Aber deiner ist so konsistent. Oh mein Gott, das ist schön. Ja, wow. Ne? Siehst du auch so, oder? Sehr gut. Also, schon wieder unentschieden muss ich nochmal wiederkommen. Ihr müsst schon wieder. Mein Gott. Irgendwann kriegen wir es mal hin. Ich finde unsere Torte besser. Sehr gut geübt. Ich finde unsere Torte besser. Ich... Sehr gut. Wir haben voll abgeliefert. Dankeschön fürs Zugucken. Dankeschön fürs Mitbacken. Dann muss ich nochmal wiederkommen. Bald wird uns wieder Zeit und dann können wir uns nochmal betteln. Jetzt wird noch fleißig reingeschlemmt und ein bisschen ausgeräumt. Ich hab zu viel Zucker. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Was für ein verrückter Haushaber. Tschüss. Oh boy. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss. True.